Doch bin mein Weg gegangen, Rock your Steak heute elegant, kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant, Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit den Breaks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Was ist denn Rack? Ich weiß es auch nicht, Zeit zu lernen, hier ist satter Hugo. Moin. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Tschüss. Das sieht einfach aus wie Knossi sein Gesicht, wenn er aggressiv wird. Ich hatte so einen geisteskranken Sonnenbranchett. Seht euch das an. Es ist gar nicht mehr rot, es ist schon fast lila, Digga. Was für 1 zu 1? Wo 1 zu 1? Da sieht man wieder, das Tier steht über dem Menschen. Richtig. I am under the water. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh, komm Junge. Ich steck mit meinen Fingern in Schreiter bei Elitree. Eli hat es noch nicht geschafft. Eli hat es noch nicht geschafft. Guckt euch das an, was ich bekommen habe. Oh mein Gott. Get on my level, Clipper. Ich habe den legendären 540 Gramm Zipp und... Oh mein Gott. Nein, du du... Lola und Tanzverbot gemeinsam auf Malle. Chill doch mal ein bisschen, ey. Ich filme nach vorne und alle wo... Ui, meine Leute. Ihr seht ja nicht bei Munde im Chat. Chillt mal ein bisschen. Noch mal für alle. Wir lassen uns hier gerade seit 50 Minuten malen. Die heißt ein Ritter ohne Held. Held? Ja, wir machen Wege. 1, 2, 3. Es ist gut. Danke. Sehr gut. Ja, danke. Ich würde es nicht richtig machen. Sind die jetzt... Eeeeee... Was für Scheiß 50 Minuten? das ist der grund warum ich so schlechte laune leute wollen nicht glücklich sehen deswegen machen wir jetzt was schön ich muss man ganz klar Ich distanziere mich von jeglichen exzessiven Alkoholkonsulten. Sind die ein paar, einige schreiben im Chat gerade, die sind gemeinsam im Urlaub. Wer einmal verkackt hat, hat bei mir verschissen. Hey, 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 du. Oh, mein Drittel. Ja, gefällt mir das? Hallo, ich bin's, die Neuzeit-Streamerin, ich mache heute einen Sub-Marathon, ein Sub, eine Sekunde länger, und wer 10-Suss giftet, da schreibe ich mir auch die Namen auf dem Oberschenkel. Ehrenbruder Munte. Aber ich bin nicht so eine. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine. Bin ich? Jetzt den Namen noch auf den Oberschenkel. Sogar mit Edding. Und es war schon immer so, wenn ich was... Hilfe, hilf mal, hilf mal! Nein! Nein, ich hab mich verfehlt, ahhh! Und jetzt, wie sich Farid Bang erschreckt. Hä? Bruder, spielt der überhaupt mit? Ist der überhaupt da, Bruder? Guck mal, Bruder! Ich will nicht. Als wird der gerade auf dem Bus warten. Mann, verpricht doch, Hörchen! Hi! Hallo! Oh! Äh, ich zeige es mal, Lars, Chat. Äh, ich mach mal eben hier alles aus. Äh, ja, war das ein bisschen laut, oder was? Ich glaube nicht. Wie ich immer noch am Schweihaden bin. Boah! Ach, Mann! Äh, ja, war das ein bisschen laut, oder was? Heute ruhig, er ist drin! Ihr könnt mir heute Fragen stellen. Das Ganze könnt ihr mal... Ach, die... Kenn ich, Digga! Hallo, ja, ich bin's, der Gregor, AK Wintermannschaft. Ich stelle jetzt meine Frage. Und zwar, muss ich sie mit sitzen, oder kann ich auch du sagen? Du kannst mich gerne doodeln, ja? Glaubst du an das Thema Parallelwelten? Das Geld. Oha, krass, das ging richtig schnell. Das war eigentlich das erste Mal. Oh ja, okay. Ja gut, anderer Content. Also erstmal danke, dass ich eine Frage stellen durfte. Wolltest du dich bewerben für eine Stelle, oder warum heißt du Gemüse kochen? Vielleicht? Jo, Monte. Das ist meine Frage. Hallo? Monte? Hallo? Welche Schulden meinst du? Soll ich jetzt halt Twitch aufziehen, oder nur meine? Welche Schulden meinst du denn? Die Runde drüber so, die. So, nächste Frage. Jo, Marcel, hast du bei dir? Was? So, nächster. Das war Bilal. Sonja zusammen, wie sieht das momentan bei dir aus? Hast du dich noch ein Thema? I'm under the water. Ich hab die Frage nicht verstanden, tu mir leid. Du sprichst über das Handy, das nicht so die gute Qualität ist, deswegen kannst du nochmal... Ja, ich hab keinen Computer. Ey, chill doch mal. Ewa! Ja, ich brauch die Frage nochmal bitte. Warte? Ich hab ein bisschen süßsäure Soße an den Finger. Mein Sohn wollte was fressen. Der war der Beste. Ich hab eine Frage für... Dicker... Was? Ich hab keinen Computer. Ey, chill doch mal. Ich brauch die Frage nochmal bitte. Warte? Ich hab ein bisschen süßsäure Soße an den Finger. Mein Sohn wollte was fressen. Der war der Beste. Noch eine Frage vom letzten Stream. Kannst du noch den Candace? Was? Candace trinkt fit in your mom. Unserverbar? Ich lache vielleicht morgen darüber. Ja, ha, ha, ha. I don't get it. I don't get it. Ich lache vielleicht morgen darüber. Auch Eric, danke, dass du ihn hochgelassen hast. Das ist gut aussortiert. Äh, I'm Eric. So, ähm, ähm, ähm. Lass uns einfach jetzt nicht drüber reden. Lass uns... Scheiß drauf, Bruder. Lass uns einfach nicht darüber über dieses Drecksspiel reden, Bruder. Lass uns einfach nicht über diese Scheißdinge reden. Lass uns einfach nicht machen. Ah, wow, ah, wow. Ah, wow. Peace, Leute. Was geht ab? Ich und zwar für den Prank-Roll. Ah, ja, nein. Nein, nein. Ich fass meine Füße nicht an. Ich glaub, du spinnst. Äh? Ich glaub, du spinnst. Alter, ehrlich. Pascal, was bist du für einen... Alter, was ist das... Bro. Das ist ein richtig weirdes... Bro, das ist gar nicht nice. Alter, was für ein geiles Game. Wer fliegt denn das? Oh, mach schon mal, Läger. Ist das Gelee oder so? Was ist das? Welcher ehrenlose, schnitzlose W***er nimmt hier nicht die neue Map? Wenn jetzt diese Map kommt, Wallah, vielleicht quitt er raus und spiel das Spiel nicht mehr. Komm, 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 komm Seleta. Wiederschauen. Und reingehauen. Digger, das mit Montez war am lustigsten. Kann ich auch mal so sagen. Bis zum nächsten Mal.